Na lass mich doch vorbei. Ist das der? Ich weiß es nicht. Und der ist das? Ja, wir spielen schon! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein Hundi? Eine Ratte. Warum verschwindet das nicht mit den Ratten zu tun? Ich bin nicht so der Interpretator. Ey, der mag Ratten nicht. Der hat Angst vor Ratten. Ach so. Oh, wie mir das die ganze Zeit die Maus wegzieht! Oh, der will das, dass ich dahinter gehe. Wohinter? Nein, das zieht mir die Maus weg. Ach so, die Maus führt dich oder was? Ne, die Maus dreht sich. Das zieht die mir weg deswegen. Die Maus dreht sich. Elna, meine Ohren. So. Spiel das Lied aus meiner Hochzeit. Hä? Spiel das Lied aus meiner Hochzeit. Okay. Aber bitte auch so. Ja. Sonst geht's dir gut, ja? Ja. Hä? Ich rede mit dem Spielen. Dass es dir mir sonst gut geht. Oh. Oh. Gib mir das! Was ist das mit Dame aus sich? Keine Ahnung. Kann ich hier hingehen? Oh. Schnauze! So, warte. Er hat das doch mal gegen seine Tochter gespielt, oder? Ja, ich glaub. Warte. Nicht, warum ist jetzt Neuer da? Da ist er. Bitte. So. Wir brauchen ein Stein. Ein Stein. Nein. Ich geh erst mal unten lang. Ey, solche Duschen finde ich creepy. Ich auch. Was? Noch einen? Oh. Mehr so. Nein, das ist ein Sch Utz! Du, 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 du. Du, 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 du... So, warte mal. Was ist denn die Küche, gell? Was ist denn die Küche, gell? Was ist die Küche? Hä? Was ist die Küche? Das ist gar kein Stein. Was ist das? Nee, das war's. Hä? Hä? Ein Kind auf die Küche und ein Messer nebenan ist nicht sehr verantwortungsvoll. Hä? Ich glaub ich muss erst irgendwas machen. Was ist denn? Hm? Ja, du konntest es auch nehmen. Nee, ich... achso, ja. Bilder? Was soll ich denn machen, wenn ich das nicht da runter holen kann? Oh, das ist schon wieder so kompliziert. Fünf. Fünf. Ist nicht auch eins? Doch. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Was soll denn wir nur tun? Ich verstehe das nicht. Du verpasst. Wirken. Habe ich denn da Küche schonmal an die Decke geguckt? Nee, gell? Das ist doch schnell so in die Denke. Hä? Das ist doch schnell so in die Denke. Er hat das Auge. Hm? Er hat sich ein Auge. Hä? Mann! Ah. So. Moment mal. Ah, da. Ah. Das war halt ein Baby. Hey. Wartet. Ich versteh das grad nicht. Mann. Hä? Ich versteh das doch nicht. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Ich weiß doch nicht was ich machen soll. Such Steine. Ja, das weiß ich. Aber wo? Geh mal da hin. Wo ist Schwarz? Ich kann da nicht hin. Ich hab schon versucht da rein zu gehen, aber... Auf mir die Maus wegzuziehen. Warte mal wo die Maus nicht hinbringt. Die bringt mich nicht wohin. Die dreht sich einfach nur. Ja. Auf damit. Schuss. 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 Hä? Weißt du das Problem ist ja, wenn ich da rein gehe, hört sich das an als gegen die Musik von draußen. Ja. Wo steht auch nicht? Liegt da nicht schon auf dem Tisch? Ach, aber das ist kein Stein. Ach, aber das ist kein Stein. Hör mal auf damit die Maus. Bitte. Ich kann ja nicht mehr dahin. Das ist ja das Problem. Hä? Danke. Spiel. Vielen Dank. Super. Kannst du das anklicken? Hä? Nee, kann ich nicht. Okay. Hey. Hey. Das macht auf jeden Fall Sinn. So. Mal sehen. Geh schon mal leer. Da ist eins. Leer. 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 Du hast so viel gesammelt, ey. Unglaublich. Dabei hab ich mir eigentlich voll Mühe gegeben, abgesehen an der Stelle, wo ich einfach durchgeraft, weil ich Angst hatte. He. Ja, vielleicht findest du ja aber auch mehr, wenn du die Frau konfrontierst. Also wenn. Kann sein. Wieso hör ich die heulen? Das ist creepy. Da steht nichts mehr. Zettel. Ah. Ich habe dich gehasst, aber nicht mehr. Ich glaube jetzt sogar, trotz allem könnte ich dich noch lieben. Weißt du? Ich begreife endlich, ich weiß, wie du dich fühlen musst. Verloren, alleine. Ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe es schließlich begriffen. Selbst mit uns bist du immer alleine gewesen. Ich erkenne nun als Quintess... Was? Quintessentiellen... Quintessentiellen. Ja. Teil deines Wesens, doch selbst für dich, gibt es einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzigste Ding von mir, das du jemals wirklich begehrt hast, beendest. Auch wenn es nur um dich selbst geht. Ich glaube, Gronkh hat aber die Frau gemalt. Ja. Echt? Du hast es selbst gemalt. Ja. Jetzt sehe ich es. All diese Misere, all diese Suffering. Ich glaube, wir haben das schlechte Ende. Von den... Ich weiß es nicht. Und es war alles wert. Ich weiß es nicht. Perfektion. Immortanz. Ja, bei Gronkh hat er sich... So habe ich, glaube ich, seine Frau gemalt. Das ist so krank. Ich mag die Musik. Hä? Ich mag die Musik. Ich auch. Hauptsache, an diese Wand kommt das perfekte Bett. Perfekt! Auf dem er sich selbst gemalt hat. Oh! Das war tot, Alter. Nee, das war zu Baby. Heeeeey! Wir haben es endlich geschafft! Ich bin froh, dass ich das jetzt nie wieder spielen muss. Ich versteh das Spiel nicht so ganz. Hä? Ich versteh das Spiel nicht so ganz. Was verschiehst du denn nicht? Du kommst daran liegen, dass ich es nicht ganz gespiegelt habe und nur geguckt habe. Nee, was verschiehst du denn nicht? Ich weiß, dass du es selbst verschiehst. Ich soll einfach keinen Sinn erreichen. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht alleine fertig spielen müsste, weil dann hätte ich mehr in die Hose geschissen. Ich hätte nicht gewusst, was ich hätte machen müssen, wenn die Frau gekommen wäre. Ich hätte so Paranoia gehabt.